Herzlich Willkommen zu dieser geführten Meditation. Zehn Minuten für inneren Frieden. Mein Name ist Sebastian und ich werde die Meditation leiten. Hey, freut mich, dass du hier bist. Sorge dafür, dass du die nächsten Minuten nicht gestört wirst. Fahre kein Auto, während du die Meditation hörst. Bediene auch keine anderen Maschinen. Setze oder lege dich entspannt hin. Schließe deine Augen. Als dein mentaler Reisebegleiter stelle ich dir jedes meiner Worte als wattierte Kopfkissen zur Verfügung, auf denen du dich ganz entspannt ausruhen darfst. Wandere nun auf inneren Pfaden tiefer in dich selbst hinein. Und mit jedem Atemzug entspannst du tiefer. Mit jedem Einatmen nimmst du positive, angenehme Energien auf. Und mit jedem Ausatmen lässt du negative, dich störende Energien los. Stelle dir vor deinem geistigen Auge nun vor, wie du freundliches, angenehmes Licht einatmest. Und wie du alte, störende Inhalte in Form von kleinen, dunklen Wölkchen ausatmest. Auge hinsichtlich Gottes ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schaue vor deinem geistigen Auge auf den Pfad, den du innerlich beschreitest. Alles um dich herum wird nun lichtvoller. Du siehst bunte, fröhliche Farben. Du siehst wunderschöne Muster und vielleicht öffnet sich in dir auch langsam die Vorstellung eines wunderschönen Bildes. Vielleicht siehst du einen leuchtend hellen Weg durch eine blumenreiche Wiese oder durch einen lichtvollen Wald oder etwas anderes, was dir gefällt. Spüre mehr und mehr die in dich hineinströmende Harmonie und das friedvolle Gefühl, wenn alles im Gleichgewicht der Kräfte ist. Konzentriere dich nun auf das, was für dich Frieden bedeutet. Lasse dich ganz auf das Gefühl und die dazugehörigen Vorstellungen ein. Tief in dir weißt du, was wahrer Frieden bedeutet, wer sich anfühlt und welche Vorstellungen dazugehören. Erlaube dir nun, mit jedem Einatmen friedvoller zu werden. Spüre, wie innerer Frieden sich mehr und immer deutlicher in dir ausbreitet. Harmonisiere, während du dir vorstellst, wie sich Frieden in dir ausbreitet, deine inneren Kräfte. Stelle dir eine Waage vor, auf der du deine inneren Kräfte ausgleichend anordnest. Sie alle haben ihren Platz. Erfreue dich daran, dass du guten Inhalten ihren Raum geben darfst. Dass sie nicht nur ausgleichend in dir wirken, sondern dir helfen, dich weiterzuentwickeln. Ausgleich, Gerechtigkeit, Fairness, Liebe, Geduld, Nachsicht, Gewährendsein, Respekt. Anerkennung und Wertschätzung dir selbst und anderen gegenüber zeigen können. Vergebung. Und konzentriere dich nun noch einmal ganz intensiv auf das Gefühl des Friedens. Und sobald du deinen ganz persönlichen Frieden ganz klar und deutlich spürst, verankere dieses angenehme, friedvolle Gefühl in dir und nimm es mit. Und sobald du deinen Geist. Nimm diesen inneren Frieden nun mit und starte voller Selbstvertrauen und innerer Ruhe souverän in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Wertheid fürええ Behandler, Ich wünsche dir ein Bですか, Wir alle "... oder Staub 200 grünerüfen, haben Sie ben它 warme vieles, haben Sie eine wunderschöne Zeit. und dir meditate etwas besser perйmacht mit mir. Ja, ja, ja. Sie Aufgabe, kannst du immer einander zugehalen. Untertitelung des ZDF, 2020